Diese krassen Produktneuheiten gibt es ab jetzt bei dm. Wir starten von Balea mit der Limited Edition Make-A-Wish und Leute, das riecht so gut. Diese zwei neuen Badeschäume von Dresdner Essence. Jetzt wird es richtig spannend, denn ich liebe die Glosse von BeRoutine. Und da gibt es einfach so viel Neues. Und den Gloss habe ich mir mitgenommen. Bei Catrice habe ich neue Wimpern entdeckt, die bei meinem dm einfach komplett ausverkauft waren. Thermo Leggings sind jetzt auch wieder im Sortiment drin. Am nächsten bin ich nicht sicher, ob es wirklich neu ist, aber ich habe es zum ersten Mal gesehen. Und das ist die Tattoo-Pflege. In der Make-A-Wish Limited Edition gibt es übrigens auch die Lippenpflege. Absolutes Highlight, eine Retinol-Tuchmaske. Da habe ich mir erst mal fünf Stück mitgenommen. Das war not least, dieser Aftershave-Balsam von Balea.